Ich glaube wirklich, dass wir es beim nächsten Stream fertig haben, aber nicht beim nächsten Stream, wo ich da spiele. Das heißt, wir haben drei Spiele, die wir auf jeden Fall ziemlich schnell durchspielen können. Jetzt. Hi, Miri. So, was wird es fertig? Hast du noch hier zum Beispiel Waffen? Dampfstiefel. Loll. Gibt es sonst noch Stiefel, die er hat? Oh, von Shovel Knight, die Schaufel. Drachenschuhe. Hähnchenstiefel. Alter, die Drachenschuhe, ne? Alter, dafür brauche ich Flammenringen, Drachenschupf und Drachenknochen. Aber es macht halt Feuerschaden. Und 44, was macht denn meine stärkste Stiefel, die ich machen kann? Weniger, ne? Ja. 44. Stiefel sind schon geil, ne? Red Beasts-Klinge. Alter, die 8-Bit-Münze. Wie viel kostet die 8-Bit-Münze? Ich komme gleich wieder. Wie viel kostet die 8-Bit-Münze? Wie viel kostet sie? Bestimmt sehr, sehr teuer. Aber ich will es wissen. Das ist ja toll, dass die hier gestahnt. Na gut, es gibt noch andere Bit-Münzen, aber... Diese Bit-Münzen sind bestimmt sowas wie Easter Eggs. Rabattkarte. Na, könnten wir uns sogar leisten. Kauf mal, komm. Einer. Ich bin mir so gut. Was haben wir jetzt den Fall von dem den Weg? Okay, wie kann ich das? Wenn mir was das passiert, dann geht es dir. Ich habe mich nicht. Ich habe mir so gut. Mit der 8-Bit-Münze kann ich die herstellen. Oh, Hikari. Unschwert. Redbeast. Aber das ist eine Zweihänder. Das sehe ich doch jetzt schon. Da die so stark ist, trotz dass sie 8-Bit-Münze braucht. Was ist das für ein kleines Ding? Warum habe ich die vorher nicht gesehen? Die ist verdammt schnell. Oh yeah, neue Waffe. Ich will aber auch diese Stiefel haben. Diese Drachenstiefel. Alter, das Ding gibt nicht die Gegner wie Buddha. Schmelzen die Knochen. Drachenknochen brauchen wir dafür. Ich glaube, das kriegen wir hier alles bei den Drachen. Oh, die ist verdammt schnell. Alter, was? So, jetzt haben wir den Dämonen. Schnell zurück. Ich wollte ja noch einen Stein kaufen, ne? Unbestimmt. So, die Waffe. Die 4000 Wands mir wert. Kriegt man sowieso schnell wieder rein. Ich kann auch privat fahren. So ist es nicht. Die Waffen gefällt mir nicht. Aber ich will noch diese... Kann sein, dass ich in der nächsten Session... Die habe. Seit wann? Jetzt mal ernsthaft. Seit wann? Sind sie so günstig? Ist das richtig? Danke. Oh nein! Weil ich sie verkaufen kann, ich Idiot. Was willst du kaufen? Ist das richtig? Dann haben wir ein Deal. Oh, ich bin doch doof, ne? Ich war bei Verkaufen. Nicht Kaufen. Egal. Neun können wir doch von kaufen. Ist das richtig? Wenn wir ein Deal haben, haben wir ein Deal. Danke. Nein! Ein Ertrug. Was willst du verkaufen? Ist das richtig? Wenn wir ein Deal haben, ist das richtig? Ist das richtig? Schön. Ist das richtig? Danke. Ist das richtig? Vielen Dank. Ist das richtig? Kann wir uns ein Deal? Ist das richtig? Ist das richtig? Ist das richtig? Kann wir uns ein Deal? Ist das richtig? Kann ich dir helfen? Ist das richtig? Vielen Dank. Danke. Verfluchter Ring. Ein Ring, der für allen Hass in der Welt steht. Ich bin da bestimmt verflucht. Diese Beteiligung? Ich hab das Flammen-Diade überhaupt nicht. Okay. Ich werde mit allen ein-Diade bezühen. Ist das nicht so. Ganz schön, ich bin da next. Wiem que es war. Die Dämpel zu machen. Es ist ebenso denn der Flammen zu sehen. Oh, ventunlos zu sehen. Wenn ich den nächsten Boss erledigt habe, dann mach Schluss. Aber farmen noch ein paar Gegenstände private für mich heute. Ah! Ah, jetzt vielleicht brauche ich doch noch ein bisschen für das Spiel, ich weiß ja nicht wie lange. Klammenpeitsche, jo geil! Okay. Ja. Ich bin eigentlich ein Anfängerberi-, Ah. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay. ich liebe sowas wenn so 2d auf einmal so irgendwie so dreidimensional wird ok hier können wir noch nicht durch wo miriam was du hier du 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 ich kann nicht wegen dem habe ich wahrscheinlich wegen dem habe ich wahrscheinlich wegen ihm habe ich wahrscheinlich das schlechte ende weil ich den noch nicht besiegt habe sehr gut der sigil war nicht für dich aber wir sind mit dem stück genug, dass es hier weitergeht Bis zum Glück, miriam Das war's für heute. Das war's für heute. Ach komm, du bist doch ein Arschkeks jetzt, komm her. Oh mann. Hey! Willst du mich verarschen, du Benge? Alter, bleib doch mal stehen, du feige Ratte! Oh mann. 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 Ich habe einen Piss. Oh Mann, der geht mir so ein bisschen. Der ist nicht schwer, der ist nur beschissen. Oh man, können diese Larmfelder auch mal verpissen? Oh! Na endlich! Fick dich, du Bastard, Alter! Ich muss es passieren. Ich habe zu lange für diese Chance gewartet. Unsere letzte Chance. Aber? Er ist noch... Er liegt noch. Er ist nicht gestorben. Warte mal, dann kann ich ja jetzt hier landen. Ah! Danke für das. Jetzt noch wieder eine Tastenkürzung. Oder? Nee! Quatsch! Leihgewicht. Du sinkst unter Wasser so, dass du den Bereich unter der Wasseroberfläche erkunden kannst. Geil! Jetzt kann ich die Dinger auch nehmen. Ah! So kann ich zu den einen Bereich. Jetzt verstehe ich. So kann ich... Hebe sehr. ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Alter! Unfair von zwei Seiten! Oh Pisser! Warte mal, dann kann ich die ganzen Kisten hier auch sammeln. Das war's für heute. Das war's für heute. Warte mal, hab ich... Ich hab den Raum doch gehabt. Ah, wahrscheinlich weil ich gestorben bin. Das mach ich dann auch privat. Farben privat. Auch die ganzen Kisten im Wasser hol ich privat. Oder... Diese ganzen Kisten, die man da sieht. Wenn wir jetzt speichern... Und wenn ich den Spielen hier schon... Ich glaube, wenn das Spiel Spaß macht... Und wir können das ja... Entweder spielen wir das nächste Mal mit Bob... Oder... Oder... Wenn die ganzen Spiele... Beendet sind... Also... Ich hab den Paper Mario... Ich glaube, morgen mach ich mal... Ich weiß nicht, wie viel wir da noch haben... So... Wenn ich das Farben nicht privat mach oder so... Dann mach ich das... Machen wir das zusammen. Um... Uh... Ich weiß nicht, was ich... Ja... Ja... BAM...